Als Weibler wäre schon der Kocker-Sockes-Kochnis ein Propi-Kochnis. Ich bin der Kocker-Socker, aber die PN-Kinz-Ons ist ja die Pisser-Wenz-Sohn, die die Kocker-Sockes der Vienden und der Vienden. Also, sehr figurativ. Also, Ramanedel, da PN-Kinz-Ons kreischt die Kocker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker. Ich bin der Kocker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker. Ich bin der Kocker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker. Ich bin der Kocker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker. Ich bin der Kocker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Socker-Sock Quale Statistik, die nach der Konsultation für die Prävention des Exzidents, muss sich die Exzidentsmorten des 2012, mit dem Jahr 2020, um auch alle anderen. Es ist eine prima Linie, um die Schweizer zu verabschieden, dass sie zu verabschieden, und dass sie zu verabschieden. Und wie ist das so? Mit welcher Donner, die in den Greven reift, wie eine Fotografie im Verabschied, die Foto-Fotografie, die prophepposte, die von знакen Zürich-Symbolik, die Ära den Zürich-S유quen eine starke Teil-Marke-Serie-Vokale-Serie machen eine sehr hohe Partei-Nizierung des Exzidents. Aber für die Welt, die wir im Thema erfahren, kann ich auf die Menge an interesse. Denn die Predimanaale, können wir ... schon so die Evangelien, also ... dass wir ... dass wir ... dass wir ... … Okay, das ist ja normal. Ich glaube, es ist natürlich ein super Köln für die Vienden. Aber hier ist es, was ich sage, was ich sage, was ich sage, was eine gute Stockfotografie ist. Auf der Seite der Novitats Italiener, www.unzertirol24.com ist hier eine wirkliche Foto von Telefonn, die eine Däuner und 6 Köln, dass Ellen in der Rodenecker-Alme der Tirol ist. Eine Linie direkte von 6 km, also gut mit High-Hills und drei Pichonnes. Also, das ist vielleicht auch so. Aber gut. Aber High-Hills sind eine Exzeption. Bis wenn, wer sind die Schapes-Cintur? Geht ihr häufig wandern? Nein, nicht so. Eher häufiger. Man sieht so, der Schuhwall, die abgelaufenen Turnschuhe. Ist das bewusst? Ja. Ist das nicht gefährlich, je nachdem? Es geht natürlich gut. Wir haben gewusst, dass es steil wird. Wir haben gefragt, um den Sonnenaufgang zu schauen, also im Dunkeln zu laufen. Aber dann haben uns andere gesagt, dass es nicht gut kommt. Wie habt ihr euch informiert für diese Route? Autoaktivitäten. Ah, Autoaktivitäten. Das war ein Domein letztes Jahr, dass wir uns mit einem Pumas-Cocchen aus dem Bedouf, drei, quattro, das ist natürlich gut. Dose Indigenzen sagen, aber nicht so. Nein. 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 Ich bin nicht so. Nein. Ich sage schon, ich sage schon, dass die Puma ... ein wenig ... ein bisschen verschwendet ... ... Aber das ist wirklich gut. Ja. Ich sage genau, Es hat gesagt, dass die Rech-Nove von Adidas noch ein Tipptopp ist. Sie ist in der Gripke und es ist eine spezielle Sole der Kontinentale. Die Kontinentale macht Pneus per Autos. Sie hat die Köln auf dem Asphalt. Tipptopp ist die Platte-Kotze zur Quere, zum Beispiel. Sie wissen, dass sie in einem anderen Weg in den Precipezi-Diuss passen. Sie haben einen guten Problem mit dem neuen Köln. Sie hat die Köln. Die Köln ist super. Sie hat die Köln. Sie hat eine gute Köln. Sie ist ein Schock. Nein? Wenn Sie sich die Köln sehen, dann sehen Sie die Köln. Aber die Köln ist ein Köln. Sie sind sehr nahe. Sie haben die Köln auf den Köln auf den Köln. Sie sind der Vienden. Sie ist der Komiker und die Autor, wie es geht. Wir hatten die letzte Köln. Ohrenschmalz. Kragenspeck. Mundgeruch und Nageldreck Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke Denn sonst sag ich winke, winke und goodbye Denn dort drüben an der Lampe Also, ich weiß schon, dass ich in Stoffel Ich weiß schon, dass ich gerade die Wien da bloß Die Nase der Chelsea in Grazias Ich habe studiert den Dreck Das Wahlkünfe aus dem ganzen Sinn Also, der Schiff ist, mich ich weiß Und ich habe mich so viel Ich kann mir die Augen nach dem Haus Dann läuft er Chef, er ist ein Blut Und ich habe einen Blut in Barsen Und er hat eine Brüche über den Ktonaden Ich habe mich auf dem Koffel Dann gibt es noch die Aus successiv Dann ziehen wir es dort und die Gewebe, Seetonte, Blutadat, ha? Doch wer? Aber nun leben, sonst hat er Prügels in den Akzidenz der Viender. Vorher, wir gehen so ein, wenn ich die Statistik des Mordorys sehe. Ja, eben. Die Allsomens-sur-Zunk-Konten schaden die Zifras. Wenn ich vor der Allsomens-sur-Zunk-Konten entdeckte, kann ich so ein Schatziasse setzen. Wenn ich die Zifrasse so ein Schatziasse kann ich sie nicht mehr so sein. Ja. So, wie es das ist, wenn ich die Zifrasse auf der Allsomens-sur-Zunk-Konten schaden, die in einer gewissenen Art und Weise nach dem Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt nennt sich das, dass es relativ wenig Pauk und das schade sich in der Masse bzw. einen Bienten-Ton-de-Plicke, die man in der Suche kennt, die man in der Suche kennt, die man in der Suche kennt. Wir sehen uns in der Kallagrafik. Die Psychologen Dunning und Krüger haben in der letzten Woche einen Experiment gemacht, mit den Schätzungen, die Schätzungen und Schätzungen in den Test haben. Die Linie des Autos haben die Resultate des Tests. Die Linie des Autos haben die Schätzungen in der Prestation, markieren wollen, die der Schätzungen in der Situation verwendeten. Die Schätze aus Schätzungen wurden massiviert. Die Schätzungen, die der Schätzungen ändert, wie die Schätzungen auf der Fall sind, wie die Schätzungen auf der Schätzungen. Das ist ein Krüger-Effekt. Hier in der Zeit snapping die Wiendenten und die Wiendenten mit niedlichem Erinnerungsfεunigung dass die Dämonien-Turren vielleicht mehr greif sind, denn die Masse braucht ihre Abilität. Aber es ist logisch. Mit wenig Informationen, man machte mehr Entscheidungen. Aber es ist klar, dass jemand im Staat dormit, weil er die ganzen Menschen oder die Dämonen nicht mehr bemerkt hat. Aber es ist nicht möglich. Aber es ist nicht möglich. Das ist das, was die Naturale ist. Aber es gibt noch eine Dinge, dass die Akzidenz, dass die Naturale ist, ein grosser Akzidenz. Ein Akzidenz bombastisch. Nein, ich sage es, dass die Titanic, die uns in den Hindenburg wie Zeppelin, kann das Resultat von den Katastrophalen der Natur sein. Nein, nein, da ist ein Moment ... 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 Klimawandel verändert den Alpenraum. Der Klimawandel bereitet Hüttenwarten wie Tourengängern Sorgen. Die auf 2.900 Metern über Meer gelegene Muthornhütte im Berner Oberland blieb diesen Sommer geschlossen. Laut SAC sind dort aufgrund des taunden Permafrosts große Felsmassen in Bewegung. Wie der Klebestoff der Alpen hält der Permafrost Gestein und Felsen zusammen. Löst er sich, wird der Fels klapprig und instabil. Die Mittwoch des Klimas. Bude, meine Stadt, ist das dort. Aber die Träume sind ein bisschen beruflich. Mögen Männer, das haben sie schon gesagt. Die Gremi sind nicht frei, die die Träume sind. Nicht die Träume sind, die Träume sind in der Mitte. Und die Reaktion, die die Schmerzen wollen, sind in der Mitte. Eben noch war er mit seiner Frau unbekümmert am Wandern. Nun ist sie weg. Die 66-Jährige ist auf dem Wanderweg abgestürzt, 80 Meter in die Tiefe. An jenem Julitag im Gebiet Escher soll ein Schaulustiger von den Rettungsarbeiten abgelenkt worden sein. Der 58-Jährige stürzte nur rund eine Stunde nach der Frau im gleichen Wegabschnitt in den Tod. Die Säule haben die Mäden integriert in Vierde, wir haben die Mäden und die Mäden. Sie sind noch ein Trist. Die Säule haben die Mäden für die Baare 30 Dollar. Die Säule haben die Säule mit den Helikoptern zu erreichen. Und die Säulein errichtet sich, dass die Läwur in der Nähe oder in der Nähe oder in der Nähe. Auch die Säulein sind in der Nähe der Kasse, dass die Räge in der Nähe ist. Die Tendenz muss ein bisschen mehr sein. Die Tendenz sind natürlich ein Blasad. Aber in diesem Fall steht auch Rega im Kurium. Die Tendenz ist ein Blasad. Rega findet vermissten Wanderer dank Wärmebildkamera beim Brienzer Grat. Gestern Abend, Mittwoch, den 10. Juli, wurde ein Wanderer beim Brienzer Grat vermisst, nachdem er in ein heftiges Gewitter geraten war. Mithilfe der Wärmebildkamera des Rega-Suchhelikopters konnte der Vermisste gegen Mitternacht rund 150 m unterhalb des Wanderweges verletzt aufgefunden werden. Epic, huh? Locked up. poisanda miller der 8 Äh ... Ich bin in der Studio. Ich werde mir in der Schule mit ... ... Osserbein. Osserbein. Herr Ramin, diese Jahre, die wir heute präsentieren, haben wir noch nicht mehr praktisch als die Studierenden, die Planck- und die Thermocamera haben. Eine neue Idee des Triangels der Pannes Elaria. Sie sind zwar in Vienden, aber es gibt auch einen Ballon. Es gibt auch einen Fall, dass sie in der Schule wieder in der Karte Elaria. Und der Helikopter lässt sich auch in der Ballon, aber auch, wenn sie es selten. Also, sprich, wenn sie den normalen Helikopter der Regen ein Buccello oder so. Aber die Helikopter und die Technik müssen auch in Vienden etwas kostenlos. in einer 1,5 Milliarde Franken in Ion kosten die Achseidenz in Vienden. Also, in Kassmortals oder Invalidität und Deblesur. in der Reaktion in der Reaktion in Vienden. In Detail interessanter, vor allem, dass die Achseidenz in Vienden letztendlich in der Kostar quasi 30 Jahre als Achseidenz in Vienden. in der Deklaratio in Vienden. In der Deklaratio in Vienden in Vienden in Vienden in Vienden. und in Vienden in Vienden in Vienden in Vienden in Vienden. Aber ich bin nicht so nett. Nein, ich bin nicht so nett, sondern sie sind ... Ich bin hier, nach Merkau. Aber ich habe auch, z.B. in einer Türe nach Bern, in Zurich, in den Mürten, und ich habe auch in einer Türe nach Quere. Ich habe schon gesagt, aus der Station kann er mit Merkau weg und er hat noch eine Vos. Na ja, ähm, ich glaube, dass es funktioniert, ähm, aber okay, wie ein Lufa, ähm. Elmehrfors ist immer mein Stahlkasa. Läuheuheuhaus, ich habe mein Pilsauz. Wo ist es totes Boulog? Ich habe mein Pilsauz.